Ja, selbstverständlich. So, ich habe einen Toni am Telefon, deswegen muss ich ganz schnell machen. Das wäre das schnellste Kochvideo der Welt. Ihr nehmt eine halbe Zwiebel, drei Knoblauchzehen, packt es mit ein bisschen Olivenöl in den Topf, lasst es ein bisschen anbraten, macht einen Liter Hühnerbrühe drüber, packt Champignons rein und Zucchini, lasst es aufkochen, 30 Minuten etwa köcheln lassen, danach pürieren, entweder so servieren oder durch ein Sieb streichen, Zack, Champignons, Zucchinisuppe, fertig, aus. Toni, sag was! Gruß aus Leipzig an den besten YouTuber der Welt. Haha!